Ey, ich sehe doch hier drunter. Ja, das war halt gewesen. Also, wo ich mal dran gezogen hatte, es war zu viel Tabak drin, es ist einfach nach Zigarette geschmackt. Amnesia Hills müsst ihr rauchen. Glaub ich vor einem Monat oder so. Das ist cool. Guck mal. Vor allem, ich habe hier mit einem geraucht, der Marcel heißt, den kennt der Relo die Jacke. Was soll ich denn gucken? Und wir haben eine Kochsendung geguckt, ey. Ich sehe da kein Bild. Das ist doch so. Ich sehe keine Bilder hier. Kommt geil. Ja, was ist denn jetzt hier nun? Ja, wo wollen die lang? Hier. Wo bist du? Andere Seite, hier, hier, hier. Ähm. Warte, warte, hier, da, da. Andere Seite, da. Warst du immer noch? Alter, ist das knapp. Grüne Wolle brauche ich ganz viel. Weil ich habe gar nicht viel weiße Wolle. Kannst du gerne machen? Ja, wir haben keine Kakteen mehr, ne? Hast du gerade auch runtergesprungen? Ne, ja, also langsam runter so. Wie gab es den Waypoint? Haben wir keine Farben für Kakteen? Ey, bitte Herz und Halade. Ähm, ne noch nicht. Dann brauchen wir eine. Also jetzt dürften wir eigentlich in der Reichweite sein. Also wir sind weit genug weg auf jeden Fall jetzt. So, ähm. Alter, hier geht es ja noch weiter runter. Crafting Table, Crafting Table. Hier oben. Boah, schon wieder. Pass auf hier ist Lara. Einen mit. Ey, wo bist du denn? Ja, so schräg von dir. Warum baust du denn jetzt hier durch? Ja, weil wir Quarzen wollen. Ja, da hättest du ja bei mir durchgehen können. Ähm, Gamer, du hast doch letztens irgendwo noch ein zweites Portal gebaut, oder? Ja. Wo ist denn das? Dann ist eh nur hier bei uns. Warte mal, kann ich nachgucken? Ja. Uah. Ich kann hier nicht durchgehen, wenn du willst. Ne, ich will da nicht hin, aber ich frag mal, wo du das hingebaut hast. Ja, ich hab da, ich hab meine Wüste gefunden. Mit dem Tempel und da war das, also nicht euren, sondern anderen. Okay. Ey, kann mir jetzt noch nicht sagen, welche Richtung das war. Tut mir leid. Komm mal. Ja, ey, komm doch schon. Ja. Oh, Alter. Da schießt was. Oh, Mann. Ey, warum muss ich meine Aki hier nicht kaputt geht, weil ich's nur mit Behutsamkeit, die so schnell ist. Mann. Oh, mach schneller. Mach schneller? Ich brenne. Das Ding hat echt da rein getroffen. So. Ja, okay, hör auf zu brennen. Na, geht doch. Komm, jetzt müssen wir doch mal hier was finden. Es ist echt kacke, wenn man keinen Sound hat, weil man weiß immer nie, ob hinter einem jetzt Monster kommen oder nicht. Alter. Ja, du findest mir nichts. Sehr merkwürdig. So. Warte mal kurz. Ja, aber wir sind erst 500 Meter vom Portal entfernt. Boah. Egal, jetzt immer gerade. Wo bist du? Festung. Ach da. Hä? Da hab ich mich zu schnell gedreht. Ist das unsere Festung oder ist das eine andere? Ja, das frag ich mich auch gerade. Ey, aber aus den Steinen würde ich gerne, wie gesagt, unter dem Keller dann halt Portal bauen. Portalkeller bauen. Ey, hier ist das schön offen. Da kann man sich schön reinbauen. Ah. Schöne Treppe hier jetzt. Hm. Alter, hier steinen Messer, steinen wir auch haben. Ja, das ist ja immer so. Äh? Ne, das war... Ah ja, okay. Ah, doch schnell hier. Hä? Achso, ja. Wobei, jetzt machen wir wieder was anderes, als wir eigentlich wollten. Boah, Alter. Boah, Alter. Ey, das geht jetzt in die Festung rein oder was? Das ist doch so ein Slime. Ey, trotzdem. Was hast du gesagt, was? Nika befragt, ob die in die Festung rein gehen jetzt. Ja, wir sind gerade drin. Okay. Ich seh jetzt schon unser Tod wegen so'n scheiß Lohn. Ey, warte mal, wo willst du denn hin? Ey, ich will die hoch. Und du hast kein Schwert, ja? Ne. Ich wusste, ich kann was vergessen. Na, komm schon. Ey, aber die Netherfassung ist total in diesem Block hier drin, ne? Ich kann was brennen. Hm, ich auch. Aber im Nether brennt's eh überall. Tja. Hm. Zack, Gasse. Verwinkelt ist denn das Ding hier? Oh, Netherwarzen. Ich finde, so ne Festung ist mal wieder toll. Kaum mal genug. Ist doch mal dasselbe, aber irgendwie ist es mal wieder spannend. Irgendwie schon. Hier ist der Ding zumindest. Der Gast, guck mal da. Der macht gleich Bump. Ja. Tja. Trauen wir uns jetzt da raus, oder? Natürlich. Oh, Mann ey. Diese blöden Viecher. Ich hör die einfach nicht, wenn die kommen. Watt denn? Dann hast du auch noch Knockback, ey. Dann steckst du ruf und die fliegen ja zehn Kilometer weg. So. Wo willst du denn hin? Von den Monstern. Back. Ja komm klar, wir wollten Quarz zünden, lass rausgehen. Ja, ich wollte eigentlich so eine Abkürzung schnell. Warte mal. Komm hier. Dann folge ich dir. Du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm. Ja dann musst du nicht so viel durchkramen, weißt du, weil meine Acker ist nicht mehr grad so die stabilste. Warum sind hier verschiedene der Anfänge von Portalen? Halt, hier waren wir doch schon mal drin, ey. Wah. Naja, weil sie sind manchmal kaputt gegangen, ne. Und die mussten wir ja neu anzünden und daher werden immer neue Portale erstellt. Komm, du mal zuerst. Oh, das ist ein Creeper. Renn. Oh, das Ding war ja genau über mir, ey. Nach rechts. Seid ihr jetzt alle im Nähter? Oh, ein schwarzer Ding. Ja. Schwarze Skelett. Kommst du auf? Komm. Ja, willst du den Drizzer holen, oder was? Der will nur einen Knochen bekommen. Nee, ich komm nicht. Ich muss noch eine Knochen bauen hier. Ah, Mann ey. Fuck mich doch nicht ab. Meine Herzen sind schwarz. Was ist das? Du hast vergriffelt oder so? Du wurdest verwithered. Ja, du stirbst gleich. Ja? Nee. Ich hab nur drei Herzen abgezogen bekommen. Ey, da sind die Lohen. Naja. Scheiße. Geht's da nicht lang? Nein. Ach, scheiße. Äh, warte, ich hab ne Idee. Alter, ich hab ne Idee. Ja, ich hab ne Idee. Ich hab übrigens Loot, also ich könnte nie. Dann hab schnell die Idee. Das ist gut. Huh. Knappe Sache. Ah, ich hab keinen Bogen dabei. Auah. Aufpassen hier. Ja, ja. Geht schon. Äh, hier sehen wir noch die Festung, ey. Krass. Ja, die ist echt groß, ne? Alter, Lava sieht wie groß der auch ist. Ja. Jetzt müsstest du Tränke haben, dass du Feuerresistenz bist. Das wär schein. Aber dann könnte man nicht in Lava jumpen, oder? Doch. Ja, kannst schon. Haben wir keine Lohn, also keine Blaze Rods mehr, weil damit kann man die ja machen. Äh, also bei mir war grad ne Lohnarmee. Anni. Anni. Anni, mit Magma-Cream war das, ne? Feuerresistenz. Magma-Cream haben wir. Musst mal kicken, ey. Ich hab da ne Zutatenkiste gemacht, oben in diesem Haus drin. Ähm, naja, ich kann was anderes zu tun jetzt. Alter, wirst du wie wir zu tun haben, da wieder rauszukommen? Schaffen wir schon. Wir teleportieren uns einfach. Mann, ich hab so viel Scheiße immer bei mir, ey. Ey, kannst du wirklich nichts einsammeln? Alter, da hast du immer noch, ne? Die Festung. Oder ist schon wieder ne andere? Nee. Das wirst du. Alter, wie groß ist denn die? Ja, ich frag mich wann wir mal Quarz finden, ey. Deswegen, wir brauchen nämlich ein Gebiet, was wir noch nicht geladen haben. Das ist eigentlich total häufig. Eigentlich ja, aber weil das Gebiet schon mal geladen worden ist. Wo lang? Ja, ich geh einfach hier so ein bisschen. Aber eigentlich war das so ziemlich häufig da. Ja, aber wie gesagt. Aber komm, wir sind letztens auch ziemlich weit gelaufen. Also wir haben ewig langen Gang gegraben, bis wir es eigentlich mal gefunden haben. Und dann haben wir es auch häufig gefunden. Also... Ey, guck mal, diese Festungssäulen. Das sieht ja krass aus. Boah, wie hieß ein Bloodstone-Ader. Wo bist du denn? Ja, wir waren doch grad hier noch... Ja, ich seh dich doch. Da, die Säule. Sieht krass aus. Welche Säule? Ja, hier vor mir. Dass die so... Voll freaky aussieht. Das ist einfach bloß ein Viereck, Alter. Ich fress mal ein, äh... Mit diesen halben Dingern da dran. Ja, das sind kaputte Wege. YOLO, oder? YOLO, oder? Wo ist er denn nach da hinten? Hier ist aber die Festung immer noch. Ist doch voll verrückt. Bist du verrückt, ne? Aber das sind zwei. Weil ich in der Lage damals in ihr gesucht habe. Denk mir, deswegen ist der Nässe auch so groß. Weil ich so oft hier rum hier ran bin. Super. So. Wo bist du denn jetzt? Äh... Ich laufe. Ja, wo bist du? Scheiße. Oh, bleib stehen. Stehen bleiben. Ich steh. Oh, ich seh dich. Oh, ich seh dich. Ja. Soll ich zu dir oder was? Ja. Wisst ihr auf was ich jetzt total Lust hab? Sex. Immer zu essen. Vampire Diaries. Boah. Wir sind doch schlimmer als Sex. Ich muss noch die neue Folge von The Walking Dead gucken. Ich muss gar nicht gucken. Daniel und Hurricane haben das gestern geguckt. Ich hab ja nicht geguckt. Ich du. Ich auch nicht. Am Donnerstag hab ich Supernatural geguckt. König Ete. Alter, ist das nervig. Ja, das ist ein wenig verrückt. Oh nee, was soll das? Weltfeld entfernt? Ich seh das nicht bei meinem Deathpoint. Wo bist du denn jetzt? Ja, du bist jetzt schon wieder. Ja. Echt? Da. Zwei Meter schräg gegenüber. Ja, du warst oben oder so. Jetzt gehst du vor, Eyck. Folg dir jetzt einfach. Ja. Machen wir. So. Hört das hier nie auf. Schon mal ganz nice aus. Scheiße. Brennst du? Ja. Oh oh. Oh nee. Renn. Okay, renn nicht. Hier. Grab dich hier. Nein. Grab. Gerade Pearson da unten. In die Richtung wo ich hingucke. Wo? Nach rechts hier so. Genau. Denk mal dann gehen wir vom Lavasee weg. Oh mein Gott. So. Ich nehm lieber jetzt die andere Axt. Weil die kappt die nicht mehr so lange. Hacke. Hacke. Ja, ich kappe halt jetzt B. Einer hat Haltbarkeit mit Effizienz. Stille. Was ist ruhig. Äh. Ich brauche immer noch mehr grüne Wolle. Das reicht mir bei Tim nicht. Okay. Könnt ihr jetzt so lang buddeln oder? Ne egal. Denk mal schon. Könnte sein, dass wir dann aber unter den Lavasee oder genau rein buddeln. Ich bin endlich raus. Du bist ne Ente. Was war denn? Ich bin endlich raus. Achso. Was war's denn? Sani ist die Ente. Du stillt jetzt gerade. Ich sch- Mir bin noch ne Stulle. Ach. Alter, wie still ist du denn? Ja, von was soll man sich ernähren während man spielt? Von gar nichts? voll liegen ja. Das kann gleich bald sein, dass du abhauen musst. Weil das schon 12 Uhr? Gar nicht. Frohe Ostern, jetzt kann man. Ach, frohe Ostern, genau. Ach, leck mich, Alter. Scheiß Ostern. Ja, ich fühle mich immer Feiertage. Flauschige Ostern. Ich kann mal die Funden hin. Flauschig. Flausch. Okay. Ich kann mal die Funden hin. Ich kann mal die Funden hin. Ich kann mal die Funden hin. Ja, ich schmier mich gerade hier, Atos. Ich hab Nessarquartz. Das ist gut, dann sind wir richtig. Siehste, meine Nase mal wieder hier, ne? Ich mach mir hier einen Rape-Point hin, wa? Jo, ein Rape-Point. Ein Rape-Point. Ja. So. Et. Wie viel braucht man eigentlich so für einen Block? Warte, äh, Vierer. Okay, das ist cool. Und für Treppen dann... Oh nein, nicht schon wieder. Ne, Fünf. Warum sind die immer bei mir? Weil sie dich mögen. Wer denn? Mag sie aber nicht, die Garsts. Die Gläser. Garstiger Hobbit. Ach ja, die Gläser, ja. Ein Glas. Haha, ja. Oh man. So, das ist die Wolle schon wieder leer. Scheiße, scheiße, scheiße. Den Sprung schaff ich nicht. Wupp. Aber den da. Toll. Ey, wir sind aber auch bloß knappe 1000 Meter weit entfernt. Eigentlich wollte ich heute noch erst ins Krieg zocken, aber das wird nichts mehr. Welche denn? Na, heute ist doch noch lang. Na, den dritten. Heute ist doch noch sehr, sehr lang. Ja, ja, ich mein halt gestern. Gestern, das wird nichts mehr. Das ist ja logisch. Ähm, ja. Ist so. Ich bin mir da doppelt gehört, cool. Ja, ist mal was Neues, ne? Kann man auch mal probieren. So, was kommt weg? Das kommt weg. Oh, ich habe auch was gefunden. Wo bist du denn überhaupt? Oh, oh. Ganz weit weg. Bist du da in dem Tunnel drinnen? Ne, da, wo du gerade gegraben hast, ging es so schräg nach unten. So, Schäfchen. Ein bisschen grün, du wolle euch noch. Okay, ein bisschen. Ach, da, ich sehe dich. Also, sie haben mich wirklich teleportiert, weil ich habe keinen Bock hier einen Weg zu finden. Ja, das stimmt voll. Na, da ist auch noch was. Die Cheatet wird dir nicht. Er zieht wie ein Mädchen. Ihr habt doch letztens uns teleportiert. Also heute halt, den anderen da. Naja, klar, der muss irgendwie auch herkommen erst mal. Ja, aber er hat uns immer getürt und wurde trotzdem teleportiert. Tja. Boah, recht hat er recht. Guck mal hinter diesen Monster. Nein. Oh, Gloster. Oh mein Gott. Ist doch schön, wenn Gloster so auf dem Boden steht. Ja. Na, kein Scha... Mann. 10 Cent. Immer die. Ich war das nicht. Das war mein Hund. Ja, klar. Böser Hund. 10 Cent. Hunde rülpsen aber auch ab und zu. Vor allem die Furzen wie verrückt. Den klubst du ja. Ja, ja. Das stinkt wie Sau. Gut, das war mein Herzherr, wa? Fleischfresser halt, ne? Ja, bei dem Zeug, was die Fresse ist, ist das auch kein Wunder. Boah, ich kannte mal eben, der hat ja Hunderfutter probiert, ob das gut schmeckt. Boah, ja, komm, eigentlich ist das... Ja, komm, eigentlich ist das... Er muss doch wissen, ob das schmeckt, was das einem Hund gibt. Das haben wir vieles gemacht, weil eigentlich ist das bloß Fleisch. Hm, Fleisch. Wir müssen sich leben, so ein Zeug. Fleisch. Fleisch. Würdest du das essen? Ne, ich nicht, aber... Aber ja, manche Sachen sagt er, waren... Ist ja nicht giftig oder so. Nee, aber genau, er hat gesagt, manche Sachen waren lecker, manche nicht so. Ich sage, nein, dann guten Appetit. Der kriegt ja einen Anruf. Copyright blablabla 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 blablabla. Nein, bleib stehen. Aua. Nein, nein, auch, ich hatte es fast. Oh. Aber jetzt. Rot, rot, rot. Tot! Nee, rot. Richtig nicht. Ich habe Neter Quarz gefunden. Nein, Sagan! Du, ich habe ja gesehen, dass du hier buddelt hast. So, jetzt musst du deine Eltern abholen, ne? Ich freue mich. Richtig. Freu mich auch gelacht. Ciao. Naja, also, Marc, jetzt, ja. Komm, ich bin jetzt voll in den Brunch reingefasst. Wie machen wir das jetzt? Gib mir mal deine Nase auch kurz. Na, wie lange brauchst du noch ungefähr? Du kannst ja gucken, ob du noch dazu kommen kannst. Also, ich brauche nicht lange. Das sind vier, fünf Kilometer, bis ich keinen fahren muss. So, na, das ist immer noch on. Naja, ich würde sagen, ich bin noch 45 Minuten, aber nämlich vier Stunden. Naja, dann bin ich jetzt kurz weg. Ciao. Okay. Dann bist du gleich. Alles klar, ciao. Tschau. Und ich teleportiere mich ins Dorf. Zu wem darf ich? Und wie geht das nochmal? Ähm, besser nicht zu mir, weil dann stirbst du. Ich bin im Neter. Ja, ne, das ist ziemlich hoch, deswegen. Mann, ey, hallo, ich weiß den Weg nicht. Ich habe nicht so einen Wegpunkt. Der Mann, geh zu Jordan. Ich bin im Neter. Ja, super. Ja, aber in der Nähe vom Dings, oder? Nee. Ich bin... Warte mal kurz, der Weg kommt. Ich gehe gleich runter, dann kannst du gleich zu mir. Ich bin 400 Meter weg. So. Crash TP, oder? Boah, Alter. Das war mega über Teamlaut, ohne Spaß, ey. Ich habe richtig rausgefeuert. Ja, das ist halt TS. Alter. Nee, in Skype ist das auch so laut. Ja, siehst du das? Nee, war auch schon hier total laut. Aber das meinte ich vorhin auch immer, dass es so rausschießt, so das erste Wort. Ist halt nicht der beste Codec hier auf dem Server. Es gibt da noch bessere. Ja, mein Irak-Server ist geil. Das ist total scheiße, aber egal. Aber das ist gut, dass man private Räume machen kann. So. Wie macht man das nochmal mit Teleportieren? Ich mach das gleich. TP, dein Name, dann meinen Namen. Ich kenn meinen Namen nicht. Kannst du einfach Tab und dann die ganzen Namen automatisch ausstellen. Ich weiß meinen Namen, ey. Ja, ich meine, mit Tab kannst du gleich automatisch die Namen reinstellen. R3-L-O-A. Mach einfach Tab. Du hast gesagt, du stirbst. Denn ich bin hier gerade... Achse. Auf einem Kackstift, also. Wer stirbt? Wenn du dich zu mittelebertierst, stirbst du. Deswegen warte mal kurz. Ja. Jetzt noch ein bisschen, ein bisschen hier. Ich hab jetzt ein Dreiviertelpackung Toast leer gemacht heute. Oh Mann, Mann. Pocker sind arme Schweine. In der Tat. Nudelgratatat mach ich mir da noch. Vielleicht. Ich mach mir nachher noch Chicken Nuggets. Ich ess nachher mal Schnitzel. Ja, super. Ein halbes. Ich hab letztens... Nein, ich hab noch ein ganzes. Viel Schnitzel gegessen. Viel so eine Fertignitzel. Mit Ketchup. Okay. Was haben die für... Haben die gutes Eiweiß? Keine Ahnung. Fuck, ihr habt einfach Hunger. Ihr habt... So. Waren es Schweineschnitzel? So, jetzt teleportier dich mal. Warte, ich mach mal lieber, bevor du... Also erst deinen Namen, denn meiner. Ja. Warte mal, nee. Doch. Ich hab einfach entergerückt. Richtig. Richtig. So viel Quarz hab ich. Ein 64er Stack, genau. So. Wie sieht die Kirche aus? Von außen geht's eigentlich. Guck. Das hier sind die Blöcke jetzt. Oh, pures Weiß, ey. Geil. Zeig mal. Daraus kann man pure Treppen... Pure weiße Treppen machen. Zeig mal. Hier hab ich doch in der Hand. Ja, plante doch mal. Ach so. Ey, geil. Das sieht irgendwie... Für den Bart kann man das gut nehmen oder so. Das benutze ich in meinem Haus oben als Boden. So Marmor-Boden. Ja, endlich kann man mal weise Treppen machen, ey. Das ist cool. Also man kann es auch... Und zu Slaps kann man das machen. Ja. Ey, das ist echt cool mit dem Ding. Anstatt dir einfach mal Wolle zu allem machen lassen können, so. Das wär ja mal schön. Oh, da unten. Sollten wir irgendwie einführen. Toll. Dass man so richtig einen Teppich machen kann. Weil, ähm... So ein Block-Ticker... Ja. Es gibt für alles Mod. Nein, es gibt keinen Wings-Mod. Boah, ich bin mir da rausgefeuert. Ja! Voll übertrieben. Nein! Deswegen steh ich auf Skype. Ja. Ich steh auch auf Skype. Weil die Quertin einfach mal sauber ist. Da oben hängt Quarz. 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 Dann bist du eigentlich auch für uns gerade das Quarz oder für dich selbst. Ne, ne. Für alle. Okay. Kalf. Wohl. Kann ich mal ein paar Quarz-Slaps haben? Ich hab jetzt schon Treppen rausgemacht. Aber ich hab noch... Ah, ne. Ich hab die Blöcke wieder in die Tour getan. Aber ich glaube, es sind nur zwei Blöcke. Weil ich bräuchte es für die Kirsche. Ah, du bräuchst das einen dritten Block jetzt noch. Ja, ich brauch aber ein paar mehr Slaps, also... Ja, ich hol ja ganz viel Quarz. Okay. So. Wie machen wir da am besten weiter? Oh, das ist geil, Alter. Das sieht richtig cool aus. Das sieht edel aus, einfach. Ja, die Treppen. Also ist bei dir ein Muster drin bei Zwergs, oder ist das einfach... Ja, ganz leicht, aber so halt so stein-mäßig. Aber nur am Rand, so an den Ecken. Also halt so ein Schein, sozusagen.